Also, nimm es Platz in die Bundesfräule. Erlauben Sie? Mademoiselle Mignot hat mir gestattet, vorübergehend in Ihrem Büro mal Lager aufzuschlagen. Lassen Sie mich Ihren Fuß sehen. Bitte? Legen Sie Ihren Fuß auf meinen Schoß. Hans, Sie bringen mich in Verlegenheit. Dann würden Sie bitte in die rechte untere Innentasche meines Mantels greifen und mir geben, was Sie darin finden. Laufeln. Laufeln. Was ist die amerikanische Aussprache? Wenn die Schuhe passt, musst du es tragen. Die Schuhe, die Schuhe. Der Kalimweiss ist smoking.